eingepackt habe ich heute für euch die canon 300 eos 300 wenn man es ganz genau nimmt eine analoge spiegelreflexkamera ein wahnsinnig super neues teil verhältnismäßig in dem weil wie gesagt was ich vorher sonst immer habe normalerweise habe ich ja immer ältere kameras die ist jetzt baujahr 92 93 also wirklich relativ jung aber dennoch fast 30 jahre auf dem buckel also funktioniert noch wie am ersten tag interessant bei der kamera ist wirklich definitiv die einfache bedienung wie man auch eben von der normalen spiegelreflexkamera auch kennt oder von einer modernen spiegelreflex so muss ich sagen weiterer großer vorteil was ich bei dieser kamera finde man kann auch ganz normale e m objektive drauf machen und das heißt ich kann meine alten objektive die sonst auch verwende für meine canon kann ich da mit verwenden super sache natürlich auch die filter passend drauf eigentlich genial wie ihr sehen könnt bei einer modernen spiegelreflexkamera habe ich hier ein wählrad das ist zum beispiel das bedeutet die lok funktion also die kamera ist ausgeschalten hier haben wir ein automatik modus automatik modus porträt modus landschaft makro sport nacht und hier hat dann noch programmautomatik blende blablabla blub hier kann ich den iso einstellen also angepasst an den jeweiligen film und ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen hier diese kamera benötigt allerdings batterien im gegensatz zu den anderen mechanischen da sind jetzt hier zwei so foto batterien drin hier von varta das sind die sogenannten cr2 batterien da ist allerdings muss ich ganz ehrlich sagen der nachteil die sind verhältnismäßig teuer also eine batterie kostet mal locker flockig zehn euro aber die reicht auch eine zeitlang also da kommt man schon gut damit aus wie eingangs schon erwähnt habe ich natürlich auch die möglichkeit meine normalen oder meine moderneren objektive darauf zum schrauben und ich habe jetzt zum beispiel das sigma 2880 drauf was sie auch noch für eine möglichkeit habt was sehr interessant ist das könnt ihr auch in der bei den digitalen fotos benutzen oder bei der digitalen fotografie benutzen ich habe jetzt hier ein einen sogenannten fd adapter das heißt das ist ein adapter den schraube ich ganz normal hier auf die kennen drauf so der ist jetzt fixiert und dann kann man zum beispiel noch die ganz alten objektive benutzen wie hier zum beispiel ein ein vivita 50 mit ne quatsch ist es war bloß die linse war bloß die abdeckung das ist das kennen 50 mm 1 8er wie ihr schon seht mit altem bajonettverschluss also mit dem df und der passt nämlich auch da drauf ist allerdings ein bisschen eine knifflige sache so und hier noch verriegeln und dann könnt ihr wunderbar auch mit den alten objektiven schöne fotos machen hat manchmal auch ein richtig schön vintage look und man spricht auch umgangssprachlich von so alten objektiven von sogenannten altglas diese sind auch recht günstig zum kriegen also für das 50er habe ich gezahlt 4 euro bei ebay wenn ich mir recht dann sind also das ist relativ echt günstig nachteil natürlich hat keine kein autofokus man muss also alles hier manuell einstellen aber wer das kann ist ja kein thema so jetzt habe ich wieder mein sigma drauf ich finde das passt auch optisch recht gut zu der kamera drauf das passt das ist gleiche farbe sieht einfach ein bisschen besser aus gut aber jetzt zum einlegen des films als film benutze ich jetzt heute mal einen aqua foto vista plus sind 24 bilder drauf mit einem asa wert oder dieser wert von 200 das ist in ordnung damit kann man schön was anfangen ist ein farbfilm wie gesagt einlegen ist bei dieser kamera piepen einfach jemand wer sich daran erinnert wie zum beispiel bei der parkset wo man da ein film hat eingelegen müssen oder wie man den einlegen müssen indem man hier unten aufschraubt das ganze ding raus nimmt film einlegt oder eben auch bei den mittelformat kameras da wird das schon recht interessant also tun wir mal einlegen weise mal an klappe auf sie jetzt auch schon hier motor der film wird eingelegt ist ein bisschen friemlich aber das ist ja meistens so bei den analog kameras so schön dass er in der spule ist schön flach und jetzt sieht man einfach nur vor bis zu dieser orangenen markierung drücken auch ein bisschen runter sie so macht die klappe zu und dann passiert mir was ganz interessantes bei dieser kamera ihr hört schon und vielleicht seht es auch schon der counter hier vorne zelt hoch bis auf 24 das heißt kann man sagen die kamera spult den film von der rolle komplett einmal rüber und dann bei jedem bild was geschossen wird geht es 1 zurück das heißt der spult man muss nicht wieder extra zu spulen sondern der spult den film eigentlich im endeffekt sofort wieder auf die rolle zurück ist ein vorteil dann kann man es zurückspulen nicht vergessen ist ganz einfach und passt ja soviel zu der kamera selber ich habe also jetzt die erklärung recht minimalistisch gehalten ich denke mir man muss einfach mal das gerät selber in die hand nehmen und auch selber ein bisschen rumtüfteln einfach um ein gefühl dafür zu kriegen aber nichts desto trotz ich würde sagen jetzt haben wir den film eingelegt die kamera ist startbereit also machen wir einfach mal fotos um dass und es Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gerade die modernen Kameras haben natürlich auch einen Selbstauslöser. Den versuchen wir jetzt einfach mal. Weil muss einfach mal sein. Man muss sich auch mal ein bisschen selber porträtieren, so gut es geht. Ich weiß, dass ich gar nicht wieder rauf bin, aber egal. So, jetzt schauen wir mal, ob es das geworden ist. Ich hoffe schon. Es kommt auch immer wieder zu netten Begegnungen. Wenn ich dran denke, jetzt gehe ich mal auf die Seite, da ist das Licht besser. Also, es kommt immer wieder zu netten Begegnungen, wenn man jetzt unterwegs ist. Jetzt habe ich gerade eine Bekannte getroffen, haben uns ein bisschen unterhalten. Die war mit ihrem Hund unterwegs. Ja, und da hat sie mich gebeten, dass ich vielleicht nochmal ein oder andere Foto vom Hund mache. Jetzt habe ich zwar nur in Anführungszeichen die Analogkamera dabei. Habe ich trotzdem gemacht. Schauen wir mal, wie die Fotos werden. Und, ja, die werde ich hier natürlich dann rüber senden. Und ihr könnt sie natürlich auch reinschauen. Auch immer wieder ein sehr interessantes Thema, was man zum Fotografieren nutzen kann, sind natürlich Brücken. Brücken findet irgendwie jeder toll. Und darum würde ich sagen, dann machen wir doch mal gerade hier eins von dieser schönen Brücke hier. Und, ja, blende ich euch natürlich an. Und, ja, blende ich euch natürlich an. Man glaubt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ah, jetzt bin ich schon fast drei Stunden unterwegs. Ich habe noch sechs Bilder, die ich machen kann. Und, ja, vielleicht kriege ich die sogar noch unter. Ich meine, ich will sie natürlich auch nicht verschwinden. Weil, wie ich das öfteren schon gesagt habe, bei der Analogfotografie ist natürlich die Bildanzahl begrenzt. Und im Gegensatz zu digitalen, da kannst du knipsen, bis die Karte voll ist. Aber wenn man halt nur einen 24er-Film dabei hat, kann man halt nur 24 Fotos machen. Das ist halt nicht mehr so. Wie ihr gerade eben auf dem Foto gesehen habt, man darf auch die kleinen Dinge nicht vernachlässigen. Und jetzt ist mir gerade eben auf dem Weg so eine kleine Raupe oder was auch immer das war, irgend so ein komisches Insektenraupenviech begegnet. Und da musste man natürlich ein Foto machen. Das ging nicht anders. Wie in gewohnter Tradition darf natürlich auch ein Einzelbild von unserem Hündchen nicht fehlen. Ich habe mir dazu jetzt hier diese Parkbank ausgesucht. Und dann kriegen wir bestimmt auch ein schönes Bild hin. Ich habe zwar schon eins gemacht, aber vom Hündchen kann man nie genug Fotos haben. Bis zum nächsten Mal. So, schnell kann es gehen. 24 Fotos verschossen innerhalb von dreieinhalb Stunden. Ja, man sucht sich als seine Motive dann doch ein bisschen anders aus, gell? Aber aufgrund dessen, dass ich sowieso in der Nähe vom Drogeriemarkt bin, nehme ich den Film raus und tun dann gleich zum Entwickeln bringen. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Und dann, wie gewohnt, sieben bis zehn Tage warten. So, jawoll, ja, das war also jetzt meine kurze Vorstellung der Canon EOS 300. Ja, die Bilder habe ich ja wie immer mal eingeblendet. Das seht ihr ja. Jetzt im Anschluss kommt noch eine kleine Diashow von den Fotos, weil ich kann ja nicht immer alle präsentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist eine super Kamera. Der Vorteil ist einfach definitiv der, dass ich halt meine EF-Objektive mit einfügen kann oder benutzen kann. Also man braucht nicht extra welche kaufen. Für Canon-User bestimmt interessant und ja, ihr seht es ja selber. Macht gute Produkte. Jetzt gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, außer halt wie immer gut Licht. Bleibt es mir treu. Und ich versorge euch nach wie vor mit Kamera-Reviews, gerade so alte Kameras. Schaut einfach das nächste Mal wieder rein. Schaut es auch auf meiner Facebook-Seite rein. Würde mir auch freuen, wenn ich mal den einen oder anderen Daumen gebe. Schreibt es auch in die Kommentare, falls ihr mal eine Kamera habt, wo ich sage, hey, wow, die ist super, die gefällt mir. Kannst du vielleicht da mal ein Review drüber machen. Wenn ich sie auftreiben kann, ist in Ordnung. Wenn nicht, wird es gleich noch ein bisschen dauern. Also, wie gesagt, wie immer, gut Licht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.